Dann hallo auch von meiner Seite. Erstmal kurz herzlich willkommen zu unserem Vortrag über Java Memory Modell für die Anfänger und Vorgeschrittene. Die Folien werden auf Englisch sein, erzählen werde ich auf Deutsch, mit bisschen Denglisch, weil eben einige Begriffe auf Deutsch etwas komisch klingen. Jetzt zu uns, ich heiße Vadim und arbeite bei der Firma IP Labs. Ich bin der Kollege von Vadim, ich heiße Radion. Ja, ich übernehme dann später das praktische Teil, wo mehr Java Code vorkommt. Jetzt noch kurz über die Firma, wo wir arbeiten. Wir sind IP Labs GmbH, 2003 gegründet in Bonn. Seit 2018 sind wir eine komplette Fujifilm-Tochter. Was wir machen, ist eine Software für die Gestaltung und Bestellung von Fotoprodukten, wie Abzüge, Posters, Kalender, Fotobücher, Geschenkprodukte, alles, wo man ein Foto drauf gucken kann. Wir decken das komplette Lifecycle bis auf die Produktion. Wir sind Business-to-Business-Modell, das heißt, wir haben unsere Partner, die produzieren. Wie gesagt, wir sitzen in Bonn, sind etwas über 70 Leute und über 30 arbeiten in der Entwicklung. Soweit zu der Firma. Nur eine Sache, ich werde versuchen, langsam zu sprechen. Wir haben aber sehr, sehr viele Folien vor. Deswegen, wenn jemand nicht versteht oder auch mein osteuropäisches Akzent hier etwas komisch klingt, bitte die Hand heben. Ich wiederhole gerne. Ansonsten sind wir auch nach dem Vortrag hier und generell, wir sind Sponsor und so. Ich bleibe auch den ganzen Tag hier auch gerne uns am Stand besuchen. Wir diskutieren dann über die Themen. Okay, dann kommen wir zum Vortrag selber. Wieso eigentlich haben wir uns entschieden, so einen Vortrag zu machen? Weil das Thema ist eigentlich präsent, seit 15, 20 Jahren präsent. Und nach meinem Empfinden, ich beschäftige mich damit seit über zehn Jahren und jedes zweite oder dritte Jahr unternehme ich einen neuen Anlauf, weil das Thema gehört für mich zum kompliziertesten rund um Java. Das ist praktisch eine PhD-Arbeit, damit man das alles verstehen kann. Und ich stelle immer wieder fest, dass mein Verständnis von vor Jahren nicht immer korrekt war. Deswegen, es gibt immer Neues zu entdecken und deswegen ist so ein Message im Voraus, auch wenn man sich sicher fühlt, da gibt es immer was zu entdecken. Vielleicht noch kurz über die Agenda sozusagen. Worüber sprechen wir? Zuerst fangen wir an mit dem Hardware-Memory-Modell. Ich erkläre, wieso der Anfang eben so sein wird. Dann sprechen wir über Java-Memory-Modell, zeigen dann auch die praktischen sehr relevanten Beispiele. Danach schauen wir uns GC-Stress-Tool. Das ist eben das Tool, um zu überprüfen, ob die Nebenläufigkeit korrekt unterstützt wird im Java-Programm. Und am Ende sprechen wir ganz, ganz kurz über die Zukunft vom Java-Memory-Modell. Zuerst wollte ich auch von euch wissen, wie schätzt ihr euch an? Wer denkt, ich arbeite da mir sehr, sehr viel, ich bin sehr erfahren und eigentlich verstehe ich sehr, sehr gut die Konzepte. Bitte dann so die Hand heben. Okay, wer ist eher, sage ich mal, Novize oder hat zwar Erfahrung, aber so tief hat er nicht reingeguckt. Mehrheit würde ich sagen. Okay, dann heißt es auch für mich etwas langsamer sprechen, dann eben noch mehr auf euch einzugehen. Jetzt starten wir an und wir starten erstmal mit einem Quiz. Wir schauen uns jetzt so eine Klasse an, die zwei Variablen, zwei Integer-Variablen deklariert. Beide haben Initialwert 0 und wir haben jetzt zwei Methoden, Executor 1 CPU und Executor 2. Die werden parallel ausgeführt in unterschiedlichen Threads und sogar so, dass diese Threads auf unterschiedlichen CPUs laufen. Und die werden quasi konkurrierend ausgeführt. Die Frage heißt, wenn wir jetzt annehmen, dass in der zweiten Methode Y schon als 2 ausgegeben wird, das wissen wir sicherlich. Welche Werte von X sind möglich zu diesem Zeitpunkt? Einfach Werte nennen, ohne vielleicht Begründung, es sind eigentlich nur 4 möglich, rein theoretisch von 0 eben bis 3. Y als 1. Y als 1, ja. Y wird als 1 ausgegeben, das heißt, diese Initialisierung des Y gleich 1 ist quasi durchgelaufen, sicherlich. Welche Werte von X sind dann theoretisch möglich? Einfach in den Raum werfen. Okay. Okay. Alle? Okay. Okay. Ich glaube, wir können uns einig sein, dass X gleich 2 und X gleich 3 in jedem Fall möglich sind, je nachdem, ob X gleich 3 schon durchgelaufen ist oder eben nicht. Die spannendste Frage wird sein, ob X zum Beispiel gleich 1 oder 0 möglich sind. Wir belassen das erstmal so. Wir werden jetzt einiges uns anhören lernen und dann wiederholen wir die Frage. Am Ende lösen wir das auf und zeigen das sogar an konkreten Beispielen. Jetzt über Hardware-Memory-Modell. Der Anfang ist etwas ungewöhnlich, wenn wir immer vortragen, wird gefragt, wieso eben erstmal Hardware-Memory-Modell. Es ist einfach so, dass oft gesagt wird, Java-Memory-Modell ist zu kompliziert. Aber diese Komplexität kommt halt nicht von ungefähr und dieses Write-Once-Run-Everywhere hat eben so seine Tücken. Das kriegen wir geschenkt. Aber die, die Java als Sprache implementieren und die die Compiler implementieren, die müssen sich mit unterschiedlichen Hardware-Memory-Modellen zu tun haben. Und die haben alle so ihre Unterschiede. Deswegen ganz im Groben lohnt es sich sehr zu verstehen, wie es abläuft und wie Java-Memory-Modell darauf mappt. Deswegen fangen wir an. So sieht ungefähr, sage ich mal, sehr vereinfacht Java-Memory-Modell aus. Wir haben unterschiedliche CPUs. Das ist heute normal, 40 und mehr auf der Server-Seite. Und wir haben mit unterschiedlichen hierarchischen Cache-Strukturen zu tun. Hier sehen wir am Beispiel L1 und L2-Cache. Die sind CPU-spezifisch auf jeder CPU. Und hier zum Beispiel L3-Cache. Der ist gemeinsam für alle CPUs. Und am Ende haben wir Main-Memory. Je näher der Cache an CPU liegt, desto kleiner wird es. Und dort werden die heißesten Werte abgespeichert. Das macht einen Sinn, so nahe CPU wie möglich die abzuspeichern, weil eben der Zugriff Zeit, hier sehen wir, dass so eine Seite latest in Numbers every programmer should know, da kann man das pro Jahr auch ermieten, was es ungefähr kosten wird, so ein Cache abzufragen. Und hier sehen wir L1-Cache eine Nanosekunde, L2-Cache vier Nanosekunden und Main-Memory und auch L3-Cache wird es ähnlich sein, 100 Nanosekunden. Das heißt, es ist so eine Analogie L1-Cache, wenn ihr was holen wollt, das ist noch in diesem Raum. L2-Cache, da müsst ihr schon einen anderen Raum aussuchen. Main-Memory, da müsst ihr schon wohl nach Köln fahren. Ja, also deswegen haben wir Interesse, dass eben diese Werte, also dass die Zugriffszeiten schneller sind. Wenn wir jetzt nochmal ein Bild zurückblättern, stellt sich eine interessante Frage. Nehmen wir an, Y gleich 1 ist in unterschiedlichen L1-Caches von allen CPUs vorhanden und auf einer CPU läuft ein Thread, der sagt jetzt Y gleich 2. Wie können wir jetzt sicherstellen, dass diese Werte auch alle Caches anderer CPUs propagiert werden? Wenn über den anderen Thread eine Variable, Wert abgefragt wird, dann darf er nicht alt bleiben. Der muss konsistent eben propagiert werden. Und dafür gibt es sozusagen Cache-Kohärenz-Protokolle, die sollen, dass diese Konsistenz von diesen gescherten Daten gewährleistet sind. Ansonsten haben wir dann plötzlich mit den falschen Werten zu tun. Soweit alles klar oder zu schnell? Wir werden dann bitte die Hand nehmen. Es gibt unterschiedliche Protokolle, die die Cache-Kohärenz-Sichern. Wir schauen uns das jetzt am Beispiel von Messi nur mit einem S und hat auch nichts mit dem Fußballer zu tun. Und das ist ein relativ einfaches Protokoll, welches von Variablen und Werten nur vier möglichen Status zur Verfügung stellt. Modified, Exclusive, Shared und Invalid. Ich glaube, alleine die Übersetzung zeigt schon, welchen Statue überhaupt diese Variablen im Cache sein sollen. Hier gibt es noch eine kleine Ergänzung. Wir sehen hier, the Entry is only present. Überall steht Entry. Die Caches bestehen, sage ich mal, die Einheiten, mit denen man die Werte abfragt aus unterschiedlichen Caches. Das sind nicht die Entry, sondern die Caches sind in unterschiedlichen Lines organisiert. Die nennen sich Cache-Lines. Und die Cache-Line ist normalerweise 64 Byte groß. Das heißt, wenn aus dem Programm ein Wert aus der CPU abgefragt wird, dann wird die ganze Cache-Line ausgeliefert. Mit eventuell noch anderen Werten, die dort stehen. Das hat vor allem Performance-Gründe, weil immer einzelne Werte auszutauschen auch teuer ist. Deswegen ist das eine kleine Ergänzung, die uns dann für uns später relevant wird. Message-Protokoll beinhaltet aber nicht nur diese Statue, sondern das ist auch Message-Driven-Protokoll. Zum Beispiel, wir haben jetzt einen Wert in einem Cache modifiziert und müssen jetzt allen anderen CPUs mit Caches mitteilen, wir haben was geändert. Und das ist sozusagen, das ist ein Message. Wir schicken ein Invalidate-Message. Wenn die CPU das abgearbeitet hat für alle die Caches, schickt sie ein Invalidate-Acknowledge-Message. Jetzt überlegen wir uns, wir schicken jetzt ein Invalidate-Message und 40 CPUs mit ihren Caches müssen da alles anpassen. Wenn der Prozessor eins darauf wartet, dann verlieren wir eine Performance. Das kann eigentlich auch so nicht sein. Deswegen ist dafür ein Store-Buffer vorgesehen. Der Store-Buffer, der ist quasi um die ist dafür da, um diese Werte erstmal in den Buffer zu schreiben, nicht in den L1-Cache. Und der CPU, quasi der Prozessor, der das ändert, sagt, okay, ich habe da reingeschrieben, ich gehe jetzt weiter und warte nicht auf alle Invalidate-Acknowledge-Message. Ich will einfach schnell sein. Schauen wir uns jetzt von einer anderen Seite an, die quasi diese Invalidate-Messages erstmal verarbeitet. Die kann auch beschäftigt sein, weil zum Beispiel viele andere Zugriffe auf diese Cache-Line passieren. Das heißt, diese Invalidate-Message, Message kann von einer CPU nicht unbedingt direkt abgearbeitet werden und dafür gibt es quasi Invalidate-Qs. Da wird dieser Event platziert und CPU garantiert, ja, ich werde das abarbeiten und spätestens dann, wenn von mir dieser Wert jetzt benötigt wird. Spätestens da muss ich das in L1, L2, L3-Cache committen, wo es halt vorhanden war und das verändern. Das sieht dann so ungefähr aus. Wir haben Caches, in dem Fall L1 oder L2-Cache und wir haben da Store-Buffer und ein Validate-Q dazwischen. Wenn ihr mit Java programmiert, dann habt ihr das Gefühl, wir haben Cache und dazwischen gibt es noch Q und Buffer und das sind die Strukturen, die auch Gemeinsamkeiten mit dem Cache haben. Da riecht es schon quasi eine Venture-Consistency, wenn irgendwas Cache für Cache benötigt wird. Und das ist tatsächlich so. Es gibt keine Garantien, in welcher Reihenfolge zum Beispiel die Werte aus Store-Buffer in die jeweiligen Caches geschrieben werden. Die werden in bestimmten Reihenfolgen da platziert, aber wie sie aus Store-Buffer in Cache geflasht werden, ist nicht garantiert. Das Gleiche ist eigentlich für die Invalidate-Q. Das ist die gleiche Problematik. Und hier kommen wir zum ersten Mal zum Thema Reordering. Und das ist so, dass wir haben, sage ich mal, CPUs A, B und C und CPU A wird immer wieder eigene Operationen in der richtigen Reihenfolge sehen. Egal, ob das Store-Buffer drin ist und der Wert aus Store-Buffer und nicht aus dem Cache geliefert wird, CPUs, welche Speicher-Operationen durchführt, sieht alles in der richtigen Reihenfolge. Problematischer sieht das für die CPUs B und C, die können das in einer anderen Reihenfolge sehen, eben weil Store-Buffer die Werte in einer anderen Reihenfolge flaschen kann. Und das ist vor allem das, was unter Reordering verstanden wird. Ja, CPUs können auch hart Reordern, aber es ist vor allem Visibility-Problem sozusagen. Das ist nicht in dem Sinne, dass es Reordert wird, sondern CPUs B und C sehen die Operationen von CPU A in einer anderen Reihenfolge. Das ist soweit klar, grob. Darum geht es, ist quasi wichtig. Auch nicht nur quasi. Nur wir können uns nicht immer damit abfinden, dass plötzlich die Werte in einer anderen Reihenfolge sichtbar sind. Das kann in bestimmten Fällen okay sein, wenn die Werte miteinander nichts zu tun haben, aber sehr oft ist es ganz anders. Und hier führen wir einen Begriff ein, der heißt Memory Barriere. Abgekürzt auch Member oder auch Fences genannt. Memory Barriere sichert, das ist ein Befehl auf der CPU-Seite, der sichert, dass alle Operationen vor der Memory Barriere, die wir platzieren, davor auch komplett ablaufen müssen und die, die danach stehen, danach ablaufen müssen. Das ist so ein Cut. Alles, was davor, muss davor ablaufen. Da kommt Memory Barriere. Alles, was danach ist, muss danach ablaufen. Welche Memory Barrieren gibt es? Wenn wir sagen, x gleich 1, dann machen wir eine Store. Wir schreiben. Wenn wir, sage ich mal, prüfen, ist x gleich 1? Es ist Load. Wir lesen. Und es gibt quasi zwei Memory Barriere. Es sind immer quasi Store Memory Barriere und Load Memory Barriere. Und im Sinne von Messie-Protokoll heißt das, wenn ich Store Memory Barriere platziere, sage ich, alles, was im Store Buffer ist, muss weggeschrieben werden in das Cache nebenan. Wenn ich Load Memory Barriere will, will ich sagen, alles, was in Validate Q liegt, muss auch jetzt abgearbeitet werden. Ich will, dass das jetzt geschieht, damit eben dann die Reihenfolge, die Visibility garantiert ist. Jetzt kommt ein Teil, welches im ersten Blick vielleicht etwas unverständlich wird. Aber dann sehen wir uns ein Beispiel an, das wird klarer. Aus Load und Stores ergeben sich vier mögliche Kombinationen. Das sind Load-Lot, Store-Store, Store-Lot und Load-Store. Erstmal nur, was das bedeutet. Zum Beispiel Load-Lot Memory Barriere heißt, alle Loads vor Memory Barriere müssen abgearbeitet werden vor Loads nach Memory Barriere. Store-Store heißt, alle Store-Operationen vor Memory Barriere müssen vorher beendet sein als Stores danach. So ähnlich verhält sich dann auch mit Load-Store und Store-Lot. Zum Beispiel alle Loads bei Load-Store, alle Load-Operationen vor Memory Barriere müssen vor Store-Operationen nach Memory Barriere beendet werden. Das könnte kompliziert erscheinen. Wir schauen uns jetzt ein Beispiel an, was das konkret ausmacht. Es ist zwar ein Java-Programm, aber das ist jetzt nicht interessant. Ein Beispiel, wir haben initialisierte x gleich 0 und dann als False. Da haben wir zwei Funktionen, Methoden, die quasi in unterschiedlichen CPUs und unterschiedlichen Threads parallel ausgeführt werden. In der ersten Methode ist x gleich 1 und dann gleich True und in der zweiten überprüfen wir und checken wir Assert. Jetzt überlegt euch, was passiert, wenn in der ersten Methode x gleich 1 und dann gleich True umgetauscht werden. Oder halt von der Visibility her in unterschiedlichen Reihenfolgen passiert. Dann wird der Assert niemals True sein, weil dann wird zuerst True sein und in der zweiten Methode, weil nicht dann nicht mehr ausgeführt wird. Das ist zum Beispiel das, was wir eigentlich nicht wollen. Das ist ein Quatsch, was dann passiert. Wie wir das verhindern wollen, ganz abstrakt jetzt, nicht mit Java-Mitteln, sondern mit Mitteln von Barrieren. Wir wollen verhindern, dass x gleich 1 und dann gleich True, es sind zwei Stores, umgetauscht werden. Und dafür müssen wir Store-Barriere platzieren, weil Store davor mit Store danach. Wir wollen es verhindern. Wir wollen die Reihenfolge hier unbedingt so haben. In der zweiten Methode ähnlich. Weil nicht dann gleich voll ist, wir lesen dann und Assertion-Prüfung ist auch eine lesende Operation. Das heißt, wir haben zwei lesende Operationen und wir wollen, dass sie in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden. Und deswegen wollen wir eine Load-Lot-Membar, Memory-Barriere platzieren. Dass so auf dem Hardware-Level was geschehen soll, das ist ein einfaches Beispiel. Oft haben wir mit Mischen, Lesenden und Schreibenden zu tun. Aber das ist so, wie Hardware das abarbeiten wird. Da werden Haufen Memory-Barriere quasi platziert, damit diese Visibility oder damit Reordering verhindert wird. Jetzt, als wir diese vier Memory-Barriere kennenlernt haben, wollen wir uns die typischen Hardware-Memory-Modellen anschauen. Im Java-Umfeld interessieren uns vor allem ARM-Version 7, x86 und AMD 64. Und links sehen Sie quasi die möglichen Reordering, die geschehen können. Eben diese vier, Load-Load, Load-Store, Store-Store und Store-Load. Und rechts ist quasi Matrix. Wo Y steht, ist so ein Reordering durch Hardware-Memory-Modell per se erlaubt. Das heißt, wo wir jetzt bei ARM-Version 7, 4xY sehen, das ist das Hardware-Modell, welches alle möglichen Reordering per se zulässt, im Sinne der Optimierung. Das nennt sich auch eine schwache Memory-Modelle oder Big-Memory-Modelle, weil eben alle Reorderingen möglich sind. X86 und AMD 64, die sind starke Memory-Modelle oder TSO, Total-Store-Oder-Memory-Modelle. Die erlauben nur eine einzige Reordering von Store und Load. Aber diese Membar kommt sehr, sehr selten vor. Das heißt, es ist wichtig zu verstehen, dass Hardware dann auch eine Rolle spielt. Wir haben hier alle Verpower und solche Dinge hier ausgelassen, die kommen im Java-Umfeld etwas seltener vor. Und was wir hier sehen, eine typische Aufteilung. X86, AMD 64, Hardware-Memory-Modellen sind vor allem auf der Server-Seite bekannt. Dabei, ARM ist vor allem auf den Geräten, auf den Mobile-Geräten bekannt. Frage? Wir freuen uns davor, dass die Ys da fehlen. Dieses Reordering ist nicht möglich, nicht möglich. Kommt nicht. Die Frage war, wenn hier Y fehlt, was bedeutet das? Dieses Reordering wird durch Hardware quasi nicht unterstützt. Das ist nicht möglich. Das heißt, Hardware-Memory-Modell garantiert, dass so ein Reordering einfach nicht passiert. Das ist eine zusätzliche Zusicherung. Alleine von der Hardware-Memory-Modell-Seite. Also Load-Low geht nicht, aber du brauchst auch nicht. Du brauchst es einfach nicht. Es ist garantiert, zum Beispiel bei Store-Store, in diesem Beispiel, dass eigentlich diese Member nicht notwendig ist für X86, weil Store mit Store nicht reloaded werden kann. Auf dieser Hardware-Memory-Modell. Das betrifft allerdings nur Reordering. Durch Visibility kannst du da trotzdem Probleme bekommen. Wir sind jetzt erstmal nur auf der Hardware-Seite und das ist halt wichtig. Und ARM, die sind bekannt auf Android-Geräten. Das heißt, Smartphone, Tablet. Und das heißt, der typische Java-Entwickler heutzutage hat mit unterschiedlichen Hardware-Memory-Modellen zu tun. Und es kann durchaus passieren, dass der Code, der auf X86 läuft, oder auf einer starken Hardware-Memory-Modell, plötzlich unter ARM sich anders verhält, weil es eine schwache ist und von sich aus einfach mehr Reorderings im Sinne der Optimierung vornimmt. Das ist praktisch schon alles okay. Wir kommen jetzt zurück zu unserem Quiz. Die Frage ist immer noch die gleiche. Wenn Y gleich 1 ist, welche Werte von X möglich sind? Und zwar, meine Kiste ist X86-Kiste. Das heißt, die per se, und es gibt keine Reorderings. Ändert sich irgendwas dadurch? Bleibt alles so? Bei denen werden wir das auch jetzt nicht entschlüsseln? Das ist so ein Zwischenstand. Wir können das auch so stehen lassen. Okay, wir lassen das so stehen. Wir werden noch was lernen, was unser Wissenstand auch verändert. Und im Prinzip ist es für mich so eine Schlüsselfolie. Was ist überhaupt ein Memory-Modell? Ein Memory-Modell ist ein Trade-off von, wie man die Sprache benutzt, wie man als Entwickler die Sprache benutzt, wie einfach ist es, die Sprache zu benutzen, oder wie schwierig. Oder wie schwierig ist es, eine Sprache zu implementieren, im Sinne von Compiler oder Just-and-Time-Compiler. Oder wie schwierig ist es überhaupt, dafür Hardware zu schreiben, oder auch Hardware-Memory-Modell. Und die Hardware-Jungs, die interessieren sich für Software eigentlich gar nicht. Die haben nur ein einziges Interesse, dass deren CPUs schnell sind. Und zwar auch komplett isoliert voneinander. Deswegen diese Mem-Bars notwendig. CPU komplett isoliert voneinander, muss schnell sein. Und für was dann die Leute machen, die die Sprache implementieren, ist für die erstmal gar nicht relevant. Deswegen ist die Welt zu kompliziert. Und jetzt habt ihr auch schon kennengelernt, wie schwierig ist der Job eines Java-Compiler-Entwicklers. Weil er muss diese alle Hardware-Architekturen beachten. Und Java läuft ja auch unter Power und auch Spark. Die sind beide auch schwache Memory-Modelle. Also das heißt, die erlauben alle vier Reorderings. Ich würde sagen, ich gebe erstmal an Rodion ab, zum Thema Java Memory-Modelle, und dann erzähle ich noch kurz zu behandeln. Okay, vielen Dank. Jetzt mache ich weiter mit dem Java-Memory-Modell. Das heißt, weniger Hardware, mehr Java. Da kommen noch ein paar Beispiele. Und zwar Java-Memory-Modell vereinfacht die ganze Struktur mit CPUs, mit Caches und so weiter, vereinfacht zu drei Problemen, was ein Entwickler lösen muss. Das Problem Nummer eins ist Atomicity. Es ist ein bekanntes Problem. Das heißt, damit ist zu kämpfen, auch wenn man mit nur einem Prozess und einem Core arbeitet. Es geht darum, dass in Java-Operationen meistens nicht atomar sind. Das heißt, atomar sind nur dann Referenzenzuweisungen und arbeiten mit 32-Bit-Primitiv-Typen. Alles andere ist dann nicht atomar. Das beliebteste Beispiel ist in diesem Fall ein Inkrement, wo dann ein Wert, eine Variable, ich nenne jetzt die Variable, wobei es geht natürlich nicht um lokalen Variablen, sondern eher um ein Feld eines Objektes. Und zwar, da ist dann auf eins gesetzt und dann in zwei Trades parallel inkrementiert. Am Ende, wenn man das zeitlich so vorstellt, wie es abgebildet ist, bekommt man dann eben zwei und nicht drei, weil zwei Trades parallel das Lesen, inkrementieren und Schreiben. Ja, bevor wir jetzt weiter zu Visibility und Ordering gehen, mache ich noch ein paar Beispiele zum Thema Atomicity. Und zwar hier, dass die übliche Vorgehensweise, auch als bekannte, wie man das Atomicity-Problem löst, ist mit einem Synchronized-Schlüsselwort in diesem Fall. Ich habe eigentlich mit einem Laser-Pointer gerechnet, aber hier sieht man, ich habe das jetzt auch rot markiert, dass man dann jetzt eine Methode mit Synchronized schreibt. Dadurch gehen dann die Trades in die Methode nacheinander und ein anderer Trades muss dann warten, wenn der erste Trades drin ist. Das ist allerdings nicht immer notwendig. Bestimmte Operationen sind auch ohne Synchronized atomar, wie zum Beispiel Sätzen einer 32-Bit-Variable. In dem Fall haben wir allerdings eine Long, die 64-Bit lang ist. Und um diese Operation, wo hier Counter auf V gesetzt wird, ist hier, ist nicht so hoch, kann ich auch zeigen, müssen wir das Schlüsselwort Volatile verwenden. Das ist unter anderem, zwingt Java dazu, dass auch Long-Zuweisungen und Double, wenn sie mit Volatile deklariert sind, auch atomar ablaufen. Was ist jetzt der Vorteil? Warum können wir auch nicht Set mit Synchronized versehen? Können wir eigentlich auch. In allen meisten Fällen ist es auch absolute Ordnung und ausreichend. Das Problem ist aber, dass Zugriff auf Volatile-Variable ist viel, viel schneller als ein Synchronized-Block, weil mit dem Synchronized-Block durch Sätzen von Semaphoren und sonstigen Aufgaben hat der Prozess ziemlich viel zu tun. Volatile ist viel leichtgewichtiger. Und zwar, da kann man sehen, wenn wir jetzt zwei Vorgehensweisen beim Initialisieren eines Singletons uns anschauen, Singletons ist halt eine Instanz, was in der Umgebung nur einmal erzeugt wird und dann wird es beim ersten Mal erzeugt, so eine Lazy Initialization. Das kann man immer in einem Synchronized-Block erzeugen, das nennt sich dann Single-Check-Idiom oder jetzt diese vorgeschrittene Variante, Double-Check-Idiom, wo das Schreiben eines Singletons in einem Synchronized-Block erfolgt. Das Lesen allerdings einfach von einer Volatile-Variable passiert und dann sehen wir, dass das Lesen des Singletons hier in dem Bereich, das Lesen ungefähr zehnmal schneller ist, als wenn es in einem Synchronized-Block gewesen wäre. Und zwar schon mit einem Tret, wo gar keine Tret warten, alleine durch Aufräumarbeiten, was Synchronized erzeugt. Hier ist dann ein anderes Beispiel, wo acht Tret gleichzeitig zugreifen und hier sehen wir, dass hier sowohl in der ARM-Architektur als auch in der X86-Architektur der Vorteil, es geht schon um hundertfache, wenn wir auf Volatile-Variable zugreifen im Vergleich mit dem Synchronized-Element. Das hat auch Java-Entwickler, Sun damals und jetzt Oracle, sie haben das auch erkannt und für bestimmte Use Cases haben sie dann auch entsprechende Objekte zur Verfügung gestellt, in diesem Fall Atomic Long, wo zum Beispiel so eine oft nützliche Funktion wie Increment auch ohne Synchronized auskommt. Diese Logik ist selbstverständlich in dem Atomic Long in der Klasse dann gekapselt, das heißt, wir selber sehen hier auch kein Volatile, weil Arbeiten ohne Synchronized ist sehr kompliziert und unübersichtlich. Deswegen, wenn man jetzt einfach etwas Performance optimiert und Performance optimierend auf Synchronized verzichtet, sollte man das unbedingt kapseln. es ist halt viel übersichtlicher. Okay, jetzt kommen wir ganz schnell zu zwei anderen Problemen und zwar Visibility und Ordering. Das ist jetzt, knüpfen wir dann an das, was Waldem erzählt hat, das mit dem Visibility zum Beispiel. Das Problem, sogar wenn die Operationen atomar sind, es kommt oft vor, dass der Zweite Tret diese Operation einfach nicht sieht, weil es in seinem Cache noch nicht aufgetaucht ist und deswegen, wenn in diesem Fall A inkrementiert wird, dann sieht der CPU A, der das gemacht hat, schon zwei. Der CPU 2 kann noch eine Weile eins sehen und zwar, das kann wirklich lang sein. Das ist nicht so, dass man mit einer Millisekunde Timeout das lösen könnte. Das Problem Nummer 3, in diesem Fall Ordering, das wo der Zweite CPU die Operation in anderen Reihenfolgen sieht. Es ist jetzt, weil für den zweiten CPU die Operationen noch nicht sichtbar sind, das ist jetzt das gleiche wie Visibility oder das ist jetzt ein Visibility-Problem. Das andere ist aber, dass die Operationen von Hardware, aber auch von dem Compiler oder von dem Just-in-Type-Compiler einfach reordert werden. Das heißt, die werden auch auf dem ersten CPU in der anderen Reihenfolge ausgeführt. Um das jetzt alles zu spezifizieren und dem Entwickler Werkzeug oder beziehungsweise einen Regelsatz zu geben, wie man die Probleme löst, definiert Java eine Reihe von Happens-Before-Rules, wo gesagt wird, in welchen Fallen man davon ausgehen kann, dass die Werte zwischen CPU synchronisiert sind und die Reihenfolge auch gesetzt ist. Das heißt, wo diese Memory-Barrieren gesetzt werden. Und zwar, Moment, das ist jetzt ein bisschen zu weit, genau, das ist hier. Zum Beispiel, erst mal, wenn es um einen Thread geht, dann garantiert Java, dass für diesen Thread keine sichtbare Visibility oder Reordering stattfindet, sowohl auf Hardware als auch auf Compiler-Ebene. Dann, das zweite ist jetzt das bekannte Synchronized. Es geht jetzt hier nicht nur um Synchronized als Keyword, Synchronized, das betrifft auch Synchronisierungsklassen von Log Package in Java, da gibt es eine Reihe von, die so ähnlich funktionieren oder auch die Logs, die in einem Synchronized-Block mittels Wait und Notify stattfinden. Und zwar, in dem Fall garantiert Java, dass die Operationen, in diesem Fall A1, A2 und A3, die in einem synchronisierten Block vor Ende der Synchronisation abliefen, spätestens nachdem das Log wieder geholt wird für das gleiche Objekt, in diesem Fall Alpha, für das gleiche Objekt geholt wird, wird dann alles synchronisiert. Das heißt, der zweite Trade, wenn er dann Synchronized-Block öffnet, sieht alles, was in dem ersten Trade geschah. Und gleiche Regel gelten auch für volatile Variablen. Wenn ein Trade eine volatile Variable setzt und der zweite liest, dann ist es garantiert, das alles vor dem Setzen geschah, für den zweiten Trade auch sichtbar wird. Und zwar, das betrifft nicht nur volatile Variablen, aber auch alle Variablen. Das ist jetzt nicht eine Regel, worauf man unbedingt setzen muss, wenn man eine Business-Logic entwickelt, aber das ist wichtig zu wissen. Genau, das sind jetzt noch zwei tückische Beispiele, weil dieses Visibility-Problem ist nicht nur dann, wo man einfach mit den Operationen arbeitet, aber auch wenn man Klassen initialisiert oder Objekte initialisiert. Wenn wir hier blau umrandet, das als einen Konstruktor vorstellen, wo A erstellt wird, dann werden die Felder default initialisiert mit 0 in dem Fall von primitiven Typen und dann in dem gleichen Konstruktor auf einen Wert gesetzt werden, in diesem Fall x, kann es dazu kommen, dass der zweite Tret zwar schon die Instanz sieht, das heißt, das Objekt A ist schon zu sehen in dem zweiten Tret, der Wert x ist aber nicht, das heißt, der zweite Tret in dem Fall sieht ein halb initialisiert Objekt. Das ist etwas, womit man in der Regel nicht rechnet, weil 0 kommt eigentlich in der Logik nicht vor, das ist nur Default Wert, was nirgendwo im Code steht. Und nur nach einer Weile, wenn dann irgendeine andere Memory Barriere greift oder einfach durch Timeout sieht man in dem Fall der zweite Tret das x in dem A. Das kann man umgehen dadurch, dass man A klein, das Feld A, auch final deklariert. Wenn man das als final deklariert, passiert es nicht. Wenn man als final deklariert, sichert das Java zu, dass der zweite Tret, wenn er die Instanz A schon sieht, sieht er schon richtig initialisierte Werte. Das ist auch wichtig für Immutable Objekte, wie zum Beispiel so ein String oder Date. Die Immutable Objekte, die in allen meisten Fällen als final deklarieren, sind dann von diesem Problem befreit. Habers Bevor hat auch andere Regeln, die sind aber in den meisten anderen Fällen nach dem menschlichen Verstand nachvollziehbar und keine Überraschungen erzeugen beim Programmieren. Okay, jetzt noch ein paar Beispiele mit Visibility. In dem Fall haben wir die gleiche Counter-Klasse wie gerade noch, aber mit dem Integer statt Long. Hier könnte man denken, dass man beim Setzen hier in der Methode Set auch ohne Synchronized gehen kann, also ohne Synchronized gehen kann, weil Int automatisch automatisch ist, das Setzen von einem Int-Feld automatisch automatisch ist und dass man Atomicity-Problem jetzt hier nicht bekommt, allerdings braucht man trotzdem Volatile da ganz oben, weil obwohl man jetzt mit Atomicity nicht zu kämpfen hat, hat man aber das Visibility-Problem immer noch, dass man das Setzen jetzt aus dem anderen Trend nicht sieht. Um das zu vermeiden, muss man Counter, obwohl es kein Long ist, auch als Volatile deklarieren. Und das ist jetzt die zweite Bedeutung Volatile, das ist jetzt eigentlich beides. Einmal sichert es zu, dass die 64-Bit-Variablen dann automatisch sind und zweite Bedeutung ist dann jetzt die Visibility-Ads-Wing zwischen Trends. Genau, jetzt ist das Beispiel, das gleiche Beispiel jetzt mit dem, das ist jetzt, ja genau, das ist jetzt diese Safe Publication, wo wir jetzt ein Klasse-Interval haben mit zwei Werten, die dann nochmal in PR verpackt sind, so lower und upper, wo wir dann beim Setzen schon gleich prüfen, dass es jetzt stimmt, und dann PR setzen. Wenn wir allerdings aus dem anderen Trend PR lesen, müssen wir sicherstellen, dass das Initialisieren von PR erfolgt ist, dass wir da wirklich die Werte lower und upper, die hier begeben werden, sehen und nicht die Nullen, die dann Default initialisiert wären. Und für das, da brauchen wir der Final. Und, um dann noch zusätzlich nicht nur das Objekt richtig initialisiert in dem anderen Trend bekommen, aber auch die aktuelle Version von diesem Objekt und nicht vorherige, brauchen wir immer noch Volateral da oben. Genau, jetzt nochmal zum Thema und zwar in diesem Beispiel haben wir das Setzen leicht, weil wir hier nur die Werte, die uns begeben werden, jetzt gegeneinander prüfen. Es ist aber auch so, dass der neue Wert des Objektes von dem alten Wert abhängig ist. In diesem Fall können wir mit Volatil hier nicht einfach so arbeiten, hier müssen wir synchronisieren. Weil in dem Fall ist es eine Fibonacci-Reihe, es ist auch bekannt, auch ein ziemlich beliebtes Beispiel, wo dann die nächste Zahl aus der Summe der vorherigen errechnet wird. Das heißt, wir müssen die vorherigen Werte lesen und dadurch neue Zahlen erzeugen. Um das jetzt zu machen, müssen wir in dem Fall synchronisieren, weil dann bekommen wir so ein Atomicity-Problem. Das Ähnlich, das Gleiche hatten wir auch in dem Inkrement, wo wir so ein Inkrement fallen. Wie löst man das zum Beispiel in der Klasse Atomic Long, wie löst man, wie löst das Java-Ingenieur, dass man das auch ohne Synchronisierung macht. Und das erfolgt durch so ein Konzept Compare NZ oder als Optimistic Locking genannt, wo der alte Wert gelesen wird, Neuwerte rechnet wird und dann nochmal geprüft wird, ob der alte Wert in der Zwischenzeit, ob nicht in der Zwischenzeit noch jemand diese Objekte geändert hat. Und nur wenn die Objekte in der Zeit, während wir das gemacht haben, geändert bliebt, nur dann wird Neuwert geschrieben. Wenn nicht, wird noch einen Versuch unternommen. Dieses Compare Set wird von Hardware unterstützt und deswegen erfolgt das auch atomar. Das heißt, von allen Hardware, von allen Prozessoren ist es gewährleistet, dass das Compare Set atomar abläuft und das erlaubt uns synchronisierungslose Vorgehensweise bei so einer Optimierung. Okay. das ist jetzt natürlich auch ein Hackel, dadurch, dass wenn wir viele, viele, viele Trades, diese Compare and Set Methode nutzen, kann es passieren, dass kein Trades dazukommt, weil immer wieder ein paralleler Trades dazwischen kommt, vor allem wenn diese Berechnung ziemlich lang ist, und dann alle Trades müssen immer wieder wiederholen, immer wieder wiederholen, und das nennt man jetzt Spinlog, das ist theoretisch eine endlose Schleife erzeugt wird. Allerdings die Tests zeigen, dass diese Vorgehensweise in allermeisten Fällen doch schneller ist, als synchronisieren. Java 8 erweitert diese Vorgehensweise noch weiter, und zu dem Atomic Long wird dann noch eine Klasse Long Adder erstellt, und ab Java 8 verfügbar, wo dann mehrere Atomic Longs geführt werden, dass jeder Trades eigene bekommt, und beim Holen des Ergebnisses werden dann einfach alle Einzelteile abgefragt und summiert, so ähnlich wie im Concurrent Map, das ein Java funktioniert. Wiederum die Tests zeigen, wenn Long Error noch schneller ist als Atomic Long. Ja, ist, dadurch ist mein Teil zu Ende, ich gebe dann weiter, genau, wo es, um noch mehr Beispiele geht. Ich mache jetzt weiter, und jetzt stellt sich die Frage, wie können wir überhaupt überprüfen, dass die Nebenläufigkeit korrekt unterstützt wird. Wir hatten vorher keine Tools, Oracle bietet seit Java 8 ein Tool, ich glaube nicht, dass er automatisch mitkommt, man kann den runterladen, nennt sich GC Stress. Und das Ziel dieses Tools ist es eben zu überprüfen, ob das Programm oder man kann einen Test schreiben und bestimmte Möglichkeiten zu überprüfen, ob tatsächlich die Nebenläufigkeit korrekt unterstützt wird. Bevor wir zu sehr in die Theorie gehen, können wir gerne an Beispielen schauen. Das ist im Prinzip unser Quiz. Quizfrage zum dritten Mal. Wir haben jetzt von Rodion im Nebensatz gehört, dass nicht noch Hardware die Befehle reordert, sondern auch Compiler und Just-in-Time Compiler. Das heißt, obwohl ich x86 Hardware Memory Modell habe, so eine starke Reordering vermeidet, kann es theoretisch passieren, dass es reordert wird. Die Frage ist, passiert das? Und diese können wir jetzt beantworten, indem ich euch kurz erkläre, wie man solche Tests überhaupt schreibt. Das ist GC-Stress Test. Schreibt man das so, dass man das mit GC-Stress Test Annotation annotiert und die Klasse mit State. Jetzt sehen wir im Prinzip, das ist praktisch unser Test. Die zwei Methoden, die parallel quasi unterschiedlichen Threads ablaufen, annotieren wir mit Actor Annotation. Hier die beiden. Und hier ist es das, was wir auf der Folie gesehen haben. Wir machen hier x1, x2, y1 und x gleich 3. Im Prinzip vier Stores. Und hier lesen wir diese Variablen und schreiben diese quasi ein Ergebnis. Da wir jetzt zwei Variablen haben, y und x, schreiben wir die jetzt deklarieren wir alle möglichen Ergebnisse, die wir hier erwarten. Da wir zuerst y schreiben, ist y auch zuerst hier gesehen. Was uns interessiert vor allem, was ist möglich, wenn y1 ist. Wir haben gesagt, 2 und 3 acceptable, kein Problem, das erwarten wir. Viel interessanter ist, wenn x gleich 0 oder 1. Das wäre interessant, wenn wir so etwas bekommen. Deswegen das ist eine gleich 0 interessiert uns nicht sonderlich als Fall. Und wie so was abläuft. GC-Stress-Tool garantiert, diese Aufrufe parallel in irgendeiner Reihenfolge immer einmal passieren und diese Ergebnisse, die von x und y möglich sind, weggeschrieben werden. Das wird mehrfach wiederholt. Dadurch wird das alles aufgewärmt und Just-In-Time-Compiler greift. Es sind sehr, sehr, sehr viele Iterationen, Tausende. Dazu werden sie auch mit unterschiedlichen Compilern ausgeführt. Wenn ihr euch damit kennt, Java unterstützt Server und Client-Compiler. Es gibt sogar Tiered-Compilation. Das ist so ein Zwischenfall. Vorher waren die Regeln, ab zwei CPUs ist ein automatisch Server-Compiler. Heutzutage sind es ab vier CPUs. Der Vorteil von Client-Compiler ist, dass es quasi für Desktop-Applikationen muss schnell starten und Server ist im Gegenteil so ein Durchsatz. Und Tiered- dazwischen. Es wird mit allen möglichen Kombinationen getestet, wann diese Ergebnisse möglich sind. Es werden diese Samplings immer wieder geschrieben. Ich habe das laufen lassen auf meiner Kiste als Vorbereitung, weil es dauert so anderthalb Minuten. Wir können uns mal die Ergebnisse anschauen. Der Test heißt, der kommt auch mit GC-Stress im Prinzip an Fenst Acquire Release Test. Das ist das, was wir hier sehen. Das Interessanteste kommt hier direkt als bei bestimmten Abläufen durchaus ziemlich selten, aber es trotzdem passiert, dass x gleich 0 ist. Gleich 1 haben wir nicht reproduziert, aber wir sehen hier, dass es sehr oft alles richtig ist, dass bei y gleich 1 x nur 2 oder 3 ist, normalerweise sogar 3, aber wir sehen, hier ist irgendein Reordering geschehen. Reordering ist auf jeden Fall entweder auf Compiler oder auf Just-in-Time Compiler sozusagen basierend, weil Hardware kann hier nichts reordern. Hier noch vielleicht ein paar Dinge, wie hier mit welchen JVM-Optionen hier die Läufe waren, Minus Client zählte, Minus Server, Minus Server noch Option Tiat Compilation und so weiter. Interessante Weise ist es zu gucken, wann das sicherlich nicht passiert. Zum Beispiel bei dieser Option Minus Int passiert das nicht, weil Minus Int heißt es, ich laufe das in einem Interpreter-Mode. Im Interpreter-Mode heißt es, Compiler und Just-in-Time Compiler werden übersprungen. Das ist nur interpretiert. Dadurch verliert die Menge an Performance, Menge an das, was die Leute, die Java Compiler schreiben, für euch abnehmen, durch Performance gewinnen und so weiter, aber dann passiert es eben nicht. Dann ist es nur interpretierte Sache. Das ist das, was wir hier deutlich sehen. Es kann passieren, und die Lösung ist, obwohl ich hier starke Hardware-Architektur habe, kommt es trotzdem zum Reordering, weil X- und Y-Variablen, die sind eben, wenn wir hier auch im Test sehen, in unserem Beispiel, die sind ja nicht volatile. Das heißt, es gibt kein Happens bevor, es gibt keine Garantie, Compiler kann hier Y gleich 1 überhaupt am Anfang der Methode stellen, noch bevor überhaupt X gleich 1 initialisiert wird. Es sind alle möglichen Reorderings von dieser Store möglich, weil eben kein Volatil da ist. Volatil wird das Problem lösen. Vielleicht eine Frage, wisst ihr, was Contended Annotation bedeutet? Vielleicht erkläre ich kurz. Das hat jetzt nicht direkt mit Memory-Modellen zu tun, jedoch haben wir gesagt, dass die in Caches nicht einzelne Variablen gelesen werden, sondern die ganzen Cache-Lines, normalerweise von 64 Bytes. Jetzt ist es so, dass sehr oft so passiert, dass die Variablen, die nacheinander deklariert werden, automatisch auf eine Cache-Line landen. Die sind nah beieinander und oft genau so werden sie, sie sind Integers, sie sind wie viele 4 Bytes, das passt alles in Cache-Line, sogar viel, viel mehr. Und das wird auch so kompiliert. Jetzt überlegt euch ein einfaches Programm, vielleicht so ein ähnliches wie dieses, wo nur X und Y Variablen da sind und aus einem Thread wird nur auf X zugegriffen, X gelesen und X geschrieben und einem anderen Thread nur auf Y. Das heißt, es gibt eigentlich keine Nebenläufigkeit. Ein Thread hantiert nur mit Y, der andere hantiert mit X. Aber was passiert, wenn X und Y auf einer Cache-Line sind? Wenn wir auf X zugreifen und X verändern, wird über Messe-Protokoll Invalidate-Message geschickt an alle anderen Caches und CPUs und deren Caches und CPU, die auf Y zugreift, da wird dadurch die Cache-Line komplett gelöscht und zwar dort, wo X steht, aber dort steht auch Y. Das heißt, die ganze Cache-Line ist gelöscht. Das Gleiche wird alle Cache-Lines betreffen, wo diese Werte abgespeichert sind und der Zugriff wird über L3-Cache erfolgen, der gemeinsam für alle CPUs sind oder über Memory-Modell. Das ist ein totaler Performance-Nachteil. Die Variablen haben miteinander nichts zu tun, keine Nebenläufigkeit und dadurch durch diese Entfernung von Cache-Lines wird der Prozessor aus der Main-Memory den Wert lesen müssen und das ist das Hundertste, was man an Performance verliert. Das nennt sich False-Sharing, das nennt sich Cache-Contention oder auch Cache-Pimp-Pong sind die gleichen Begriffe für das Gleiche. Das heißt, was Content hier garantiert, diese Content kommt seit Java 8 mit wenn wir hier sehen, das ist eine die kommt aus Sun-Misc, also das ist die, die mitgeliefert wird und die führt dazu, dass im Prinzip diese Variable nicht in der gleichen Cache-Line landet wie X. Das wird quasi verzerrt. Die Entwickler von Java, die wissen über Speicher-Layouts unterschiedlichen Plattformen, die wissen, wie groß die Cache-Line sind und können das quasi so anrichten. Wenn das performance-kritische Applikation ist, wie irgendwas Hantieren auf der Börse oder so, wo es um Millisekunden geht, dann ist es durchaus ein Performance-Gewinn. Ich würde das aber nicht pauschal an jeder Stelle hier platzieren. Das ist einfach nur zur Information. Vielleicht noch eine Sache, man konnte das vorher lösen. Beziehungsweise es gab genug schlaue Entwickler, die gesagt haben, ich kann hier padden. Und das ist jetzt so ein Beispiel aus dem Internet. hier, ich weiß, Cache-Line ist 64 Byte, Long-Variable ist 8 Byte. Was ich hier tun kann, ich schmeiße hier 7, ich interessiere mich nur für X und V1 am Ende, und ich schmeiße jetzt 8 Stück von Long-Variablen, die nichts tun, nur dafür sorgen, dass es so gepaddet wird. Super lesbar, super nutzbar sowas. Und das hat bei Java 7 bis Java 7 tatsächlich funktioniert. Ich kenne einige Leute, die bei Oracle arbeiten, Performance-Abteilung, sie haben das gesehen und gesagt, jetzt nicht mehr und sie haben Just-in-Time-Compiler erweitert, dass das rausgeschmissen wird. Das heißt, diese Mühe war quasi umsonst und das ist auch ein Lessons learned. Man muss immer gegen die Spezifikationen kodieren und nicht gegen die Implementierung. Wenn die Leute da schauen, wie das die Java-Compiler-Entwickler machen, dann können sie nächstes Mal das anders machen. Das ist nichts spezifiziert. Das ist deren Lösung. Sie haben dann sowas rausgeschmissen, wegoptimiert und das war umsonst und der Code sieht natürlich fantastisch aus. Wegen zwei Variablen und noch acht Stück deklarieren ist nicht besonders sinnvoll. Okay, das haben wir jetzt so ein bisschen. Das sind eben die Ergebnisse. Ja, Reordering ist auch möglich und die Lösung wäre X und Y als Volatil zu deklarieren. Da gibt es kein Happens-Before und da wird gar nichts mehr reordert, weil dann bleibt alles so, wie es ist und dann das zweite Beispiel, was auch aus diesem Talk ist, will ich euch kurz zeigen. Wer von euch schreibt tatsächlich bei Instanzvariablen Final und denkt, das ist tatsächlich wichtig, das weiß ich und ich schreibe das ja auch. Das ist zwar ein bisschen Tipparbeit, aber ich sicher mich auch. Ich habe oft gehört, ja, ist noch nie passiert. Nie gesehen, dass da irgendetwas passiert ist und dieses Final, das nervt mich und Final hat in Java viele Bedeutungen, ich kann dann nicht nicht mehr setzen. Genau das, man vermeidet Nightpoint, weil man eben garantieren muss, was zu tun ist. Dafür benutze ich das Final ganz gerne. Und sicherstellen wir das, das kann auch mal. Was uns interessiert, kann jetzt irgendetwas passieren, wenn ich jetzt Final auslasse? Und das kann man auch mit GC-Stress-Test testen. Ähnlicher Test, wir haben hier zwei Methoden, die wir mit Actor annotieren, die parallel ausgeführt werden. Eine Methode initialisiert eine Klasse und übergibt dann Konstruktor 1. Diese Klasse hat jetzt vier Felder. Alle sind nicht Final und alle werden zu 1 gesetzt oder eben nicht. Dann bleibt es halt 0, weil es Default wird. Wie können wir es überprüfen? Es sind sozusagen ein Consumer, der auch parallel ausgeführt wird. Ja, wenn die Referenz nicht da ist, das heißt, wenn Consumer früher gelaufen ist, als Publish beim Test, die laufen parallel, dann ist die Instanz nicht sichtbar und ich schreibe hier minus 1. Ansonsten, wenn die Instanz sichtbar ist, zähle ich quasi 1. Wenn ich jetzt vier Stück habe, habe ich jetzt vier Felder, wurden alle, vier Felder wurden korrekt auf 1 initialisiert. Das ist eigentlich das, was ich erwarten würde. Wenn es weniger sind, es gibt ein Problem, dass es irgendein fällt, ist nicht auf 1 gegangen oder auf mehrere. Und genau so deklariere ich hier, speichern wir nur eine Variable, deswegen ist die Klasse int result 1, weil wir nur ein Ergebnis. Und hier, ja, es sind nur diese Möglichkeiten und klar, wir deklarieren das als acceptable, weil Feinerregeln sind Feinerregeln. Man kann das hier einfach als verbieten, deklarieren, damit das dann blau oder in Farbe dargestellt wird. Schauen wir mal an, was passiert, wenn wir das jetzt laufen lassen. Nee, das ist nicht, dass es nicht wollen. Okay, gehe ich da raus? Was ist das jetzt? Ich glaube, das hängt gerade. Das kann ich jetzt auch so zeigen, nicht unbedingt ein Tool. Ich habe ein Screenshot. Ja, ihr seht, das passiert. Bei Minus-Server-Option seht ihr alle möglichen Kombinationen. Die häufigsten sind, Referenz war nicht da, weil die Konsum-Methode vorher gelaufen ist oder alle vier sind da. Würden wir erwarten. Aber es kann durchaus passieren, dass dann beliebige Kombinationen von Werten doch auf Null auf Default geblieben sind. Das heißt, Final ist durchaus wichtig und Setzen, das ist nicht nur theoretische Sache, sondern praktisch sieht man in vielen Kombinationen, ja, das passiert. Aber es passiert so selten, dass es einen kleinen, einfachen Test durchfällt. Natürlich, bei einem J-Unit-Test und auch mit einem CPU oder sonst was werdet ihr das nicht sehen. Das ist halt das, was dieser Tool uns abnimmt. Das ist Just-in-Time-Compiler, das wird aufgewärmt, da werden die Dinge erzwungen, die in der Praxis Just-in-Time-Compiler optimiert noch im laufenden Betrieb. Das wird schneller hier passieren. Aber es sind die Dinge, die im laufenden Betrieb letztendlich passieren. Deswegen, man wird das ab und zu sehen und plötzlich kann man die Exceptions nicht erklären. Wie kann es denn sein? Aber es kann sein. Ich habe noch ein paar Minuten. Okay, die Lösung ist ganz einfach, final, nicht vergessen, macht durchaus Sinn. Hier noch Wrap-up. Ich will jetzt ein Thema, es gibt nicht nur Happens Before, sondern auch Synchronize With. Das ist ein kompliziertes Thema, Acquire Release Semantik, das können wir auslassen, dafür reicht die Zeit nicht aus. Jedoch, eins ist wichtig. Wir haben Java abstrahiert diese Memory-Barriere weiter. Und was Java letztendlich beschreibt, sind Happens Before und diese Synchronize With. Streng gesehen sind Memory-Barrieren, die ich euch gezeigt habe, ein Implementierungsdetail. Die sind in Java nicht spezifiziert. Wenn eine Java-Memory-Modell-Spezifikation liest, gibt es da nur Happens Before und Synchronize With. Deswegen, Memory-Modellen sind sozusagen Leaky Abstraction. Die sind durchgeruscht, das ist die einzige Implementierung das Hardware sichert, aber in Java abstrahiert das weiter. Und noch ein Grund, wieso Memory-Modell ein Implementierungsdetail ist, hier ein Beispiel, ganz unten, Synchronize auf New Object macht keinen Sinn, weil dieses New Object nicht wiederverwendbar ist. Das wird weggeschmissen. Und Just-in-Time-Compiler oder Compiler werden so ein Synchronize-Block wegschmeißen. Obwohl man sagt, ich will eigentlich Memory-Barriere, sagt Just-in-Time-Compiler Happens Before an einem Objekt, was nicht wiederverwendet wird, macht keinen Sinn. Das Monitor an einem Objekt, der einfach in der Luft ist, macht keinen Sinn. Deswegen ist es einfach nur wichtig. Okay. Das ist jetzt praktisch die letzte Folie. Wir reden jetzt noch kurz über die Ist-Zustand- und Zukunft von Java Memory. Ich glaube, in drei, vier Minuten bin ich durch. Die aktuelle Spezifikation, die nennt sich JSH-133, ist seit Java 5 da. Und das ist mittlerweile elf Jahre alt. Und in der Zeit passiert einiges und die ist quasi jetzt schon outdated. Es gibt sehr, sehr fundierte Arbeiten von Professoren von Informatik wie David Espener, die mathematisch beschreiben, dass sie sogar zum Teil falsch ist. Und tatsächlich sind seit Java 5 neue Abstraktionen oder neue Methoden eingeführt worden an diese Atomic Integer und so weiter. Die heißen Lazy Set, Vic Compare & Set. Fragt mich nicht, was die machen. Wenn ihr einen Bewerber ablehnen wollt, dann könnt ihr sowas bei ihm fragen. Wird er direkt selber rauslaufen. Ich habe es nie benutzt. Aber Sinn der Sache ist, wenn ihr die Dokumentation dieser Methoden liest, dann steht es, es kann sporadisch false ausgeliefert werden bei Vic Compare & Set, obwohl es geklappt hat. Der Rodion hat ein Beispiel von SpinLock gezeigt mit Compare & Set. Das ist Vic Compare & Set. Obwohl es geklappt hat, kann die Methode false zurückliefern und ihr habt so eine endlose Schleife dann im Weil. Und dort steht, weil sie nicht spezifiziert ist im Sinne des Reorderings. Weil diese Abstraktion nach Java 5 kam und die wissen nicht, wie passt das denn. Deswegen use with caution. Okay, jetzt zu neuen Sachen. Es gibt neues, es nennen sie Java Extential Proposal jetzt. Es gibt keine JSAs mehr und das Gleiche und der Umbenannt 188. Seit drei Jahren eigentlich im Informational Status. Das heißt, es wird lange diskutiert von Doug Lee eigentlich angelegt. Das ist der Concurrency-Experte schlechthin. Der hat diese Klassen, die jetzt in Java Util Concurrency drin sind, früher als Open Source Projekt implementiert und dann wurde das später eingeführt. Der führt das weiter und es sind eben diese Ziele, die diese Spezifikation verfolgt. Zuerst C, C++ Compatibility. Wenn ihr euch ein bisschen mit C++ und C beschäftigt, die haben 2012 auch Memory Modell endlich veröffentlicht. Und das ist ein sehr, sehr komplizierter Memory Modell, aber sehr, sehr an Java angelehnt. Plus, sie haben ja sieben Jahre lang gelernt daraus und sie haben das auch weiterentwickelt. Und da Java durchaus JNI-Aufrufe, also Native Aufrufe, macht bei System Out, Print, dann muss es damit auch konform sein. Es ist nicht und deswegen sind JNI-Aufrufe auch so langsam, weil da überall Full Memory Barriers stehen, um Gottes Willen irgendwas reordert wird, weil wir gar nicht wissen, was ZEP Compiler macht in der Version. Deswegen das Ziel ist, das Ganze zu vereinheitlichen. Volatile. Wie der Rodeon gesagt hat, hat Volatile mehrere Bedeutungen. Das kann Atomicy bedeuten für Long und Double. Es kann aber auch tatsächlich Visibility bedeuten. Als das eingeführt wurde, es gab 32-Bit-Architekturen und das war für Long und Double noch relevant. Heutzutage haben wir mit 64-Bit-Architekturen zu tun und dadurch werden die Barriere erstellt, obwohl Hardware eigentlich Atomicy garantiert. Das heißt, die aktuellen Architekturen werden bestraft durch unnötige Membars, die von Java Compiler gestellt werden. Und es laufen jetzt die Tests, wie kann man Volatile sozusagen von Atomicy befreien und wie kann man 32-Bit-Architekturen dadurch vielleicht nicht benachteiligen, weil die müssen irgendwie weiterlaufen. Das Thema ist gar nicht geklärt. Das ist auch recht kompliziert, welche Variante man sich entscheidet oder man lässt alles so stehen. Final. Die gleiche Problematik. Final hat viele Bedeutungen. Konstante. Klasse darf nicht erweitert werden. Methode darf nicht erweitert werden. Das darf nur im Konstruktor gesetzt werden. Und das noch jetzt Final für die Visibility. Das ist total überladen, lässt sich nicht ändern. Jedoch stellt sich eine Frage, wieso braucht Final diese Happens Before oder diese Garantien, wieso kann man die zum Beispiel auf Volatile nicht übertragen? Weil es ist Leuten bekannt, Volatile synchronisenden in diesem Umfeld zu benutzen und Final und Volatile gehen zusammen nicht in Java. Oder man geht noch weiter und sagt, vielleicht können wir automatisch alle Instanzvariablen Final-Garantien geben, aber man deklariert die nicht mehr Final. Wir werden davon befreit, dieses Final zu schreiben. Wir können dann auch resetten die Variable. Es ist auch nicht immer notwendig, Final zu schreiben. Es gibt Objekte, die nur in einem Thread verwendet werden und die instanziert werden. Da kann nichts schief gehen, da brauchen wir auch kein Final. Die werden dadurch bestraft. Ich habe die Tests gesehen, die jetzt laufen. An starken Hardware-Memory-Modellen geht es um 2-3% Performance-Verlust. Auf den schwachen 5-10%. Trotzdem wird das jetzt als okay angesehen, sodass eventuell Final diese Visibility-Problematik davon einfach befreit wird. Das heißt, wir werden nicht Final deklarieren müssen, kriegen aber Final-Garantien. Und zwar bei allen Instanzobjekten. Durch ein bisschen Performance-Verlust. Das könnte durchaus kommen. Testing und Tool-Support. GC-Stress-Tool ist in einem Experimental-Stadium. Das heißt, es können dort auch Fehler auftauchen. Die testen das und das soll auch Entwickler zugänglich gemacht werden. Out-of-in-Air-Problem. Ich kann es gerne überspringen. Wenn wir zwei Minuten haben und ihr Interesse habt, kann ich euch ein interessantes Phänomen haben. Das wird dann praktisch bis auf Thank-you das Letzte. Ich werde euch jetzt die Frage nicht mehr stellen. Das ist jetzt so ein Programm. A gleich 0, B gleich 0 und links und rechts sind unterschiedliche Thread-Berechnungen. Die einzige mögliche Ausgabe, die hier passieren kann von A und B sind 0. Und zwar egal, in welchem Stadium des Laufs ist A und B gleich 0, weil es gibt eigentlich nichts, was diese verändert. Nichts. Egal. Wenn ihr euch das jetzt anguckt, muss es bei 0 bleiben. Ansonsten ist es sozusagen dieses Out-of-in-Air-Problem aus der Luft gegriechenen erwähnt. Nur manche Runtime oder Hardwares, die können gerne spekulieren. Die sehen am unten B gleich 42. Vielleicht will der Entwickler doch 42 am Ende haben. Wieso hat er das reingeschrieben? Und dann spekuliert Hardware und reordert die Instruktionen und macht das, was hier in der Mitte steht. Es kann durchaus passieren, dass sowas geschieht. Ergebnis dessen, ihr könnt schon ahnen, nichts anderes, dass man dann am Ende A und B gleich 42 kriegt. Und das ist Quatsch. Das will keiner, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Aber das kann theoretisch passieren. Ich habe einen Test, ich konnte es nicht reproduzieren von x86, aber angeblich ist es möglich. Ihr kennt natürlich, das Compiler ist eine komplizierte Sache. Einige Dinge sind nicht mal in der Theorie losbar, auch nicht in der Praxis, selbstverständlich. Trotzdem, das Ziel ist es, dass solche Reorderings nicht passieren, dass solche Spekulationen nicht passieren. Und das ist sehr schwer, alle die zu identifizieren, weil so ein Code wie hier, das schreibt man auch nicht. Der ist an sich auch nicht besonders sinnvoll. Aber theoretisch kann es passieren. Deswegen, das ist die Aufgabe, solche Fälle zu entdecken und zu unterbinden. Das Just-in-Time-Compiler nicht spekuliert, weil die Ausgabe 42 ist per Java-Memory-Modell verboten. Das nennt sich aus der Luft gegriffene Wert. Out-of-thin-air-Problem. Deswegen ist es tatsächlich eine sehr, sehr komplizierte Sache. Muss gelöst werden. Doch die letzte folge Take-Aways. Java-Memory-Modell, das Verständnis ist tatsächlich essentiell, ansonsten läuft man in unterschiedliche Probleme hinein. Auch Hardware-Memory-Modell sollte man so grob verstehen, welche Herausforderungen von dem Entwickler sind. Nicht immer nur auf CPU-Reordering verlassen. Compiler und Just-in-Time-Compiler werden auch reordern. Und zwar auf jeden Fall. Wenn keine Happens bevor Garantien da sind, werden sie reordern, um maximalstern Performance zu gewinnen. Der Unterschied ist, dass das hundertste, wenn er Just-in-Time-Compiler ausschaltet. Und das will keiner. Keiner will Verlierer sein in diesem Konglomerat von Hardware- und Sprachenentwicklern. Alle wollen so schnell wie möglich laufen. Ja, das muss so sein. Ja, die Sache ist, man muss gegen Spezifikationen Programme schreiben und nicht irgendwelche Implementation-Details. Das haben wir bei Contention gesehen. Ein Beispiel. Und auch eben Happens Before ist viel, viel wichtiger zu verstehen, als irgendwelche Memory-Barrieren. Die sind Implementierungs-Details. Ja, dieses Stress benutzen, das Tool ist da. Man kann einfache Tests schreiben und einfach auch Verständnis zu überprüfen. Kann das passieren? Habe ich das richtig verstanden? Ich habe selbst Menge gelernt bei der Vorbereitung. Der Tool ist ja auch neu. Deswegen, ja. Von meiner Seite nur ein einziger Punkt. Ich habe in meinem Teil auch sehr viel schlechter so über Synchronize-Blocke geredet, dass sie nicht optimal sind und langsam und so weiter. Aber ich muss sagen, vor allem für Java-Entwickler, wo jetzt keine Hardware-Treiber geschrieben werden, ist es in allen meisten Fällen zu vernachlässigen. Und da Synchronize-Blocke vom Aussehen hier, vom Verständnis hier viel einfacher und übersichtlicher und für viele Entwickler bekannt sind, würde ich halt empfehlen, großzügig mit Synchronize umgehen und seltener versuchen, Hard-Code zu optimieren mit Atomic-Werten, mit Molatilen-Werten und sonstigen, wo es halt keinen Sinn ergibt, wenn man eine Anwendung mit der Außenwelt kommuniziert, eine Festplatte schreibt, auf Netzwerk und so, mit allen externen Kommunikationen sind das, was im Synchronize-Blocke passiert, das sind wirklich Peanuts, das ist zu vernachlässig. Deswegen mehr Synchronize, weniger Hard-Code-Optimierung. Vielleicht mehr Immutable-Objekte benutzen, da gibt es dieses Problem nicht. Natürlich, wenn man Final an Instanzvariablen schreibt, das muss man trotzdem. Immutable heißt auch Freze, vielleicht noch ein Satz von mir. Es gibt mehrere Dinge, wie man überhaupt, ja, das Happens-Bevor verstehe ich nicht, ich will das umgehen. Es gibt Functional-Reactive-Programming, da gibt es ja, bei Functional hat man damit weniger zu tun und es gibt Software-Transactional-Memory, wenn ihr das mal gehört habt. Normalerweise kommt man nicht weit weg, man muss das verstehen, weil alle anderen Paradigmen, die lösen ein Problem und stellen dann zwei, drei weitere vor. Deswegen, das sind sozusagen Core-Themen, ja, da kommt man nicht rumherum, dann doch noch zu verstehen. Ich beschäftige mich mit dem, wie gesagt, sehr lange und werde noch weiterhin dies tun. Ansonsten, jetzt sind wir nur wirklich fertig. Entschuldigen, wir haben acht Minuten überzogen, ihr wollt auch essen gehen, das ist verständlich. Frage? Ich habe jetzt die ganze Zeit, ich bin, erst mal, ich bin kein richtiger Programmierer, wie vielleicht hier noch angehaut ist. Ich habe früher auch für meinen Java programmiert, machte das aber seit jeder Zeit nicht mehr ab, weil ich stattdessen Scala in letzter Zeit losgehe. und gerade in den letzten fünf Minuten habe ich gedacht, die Features, die in Java kommen, teilweise, und teilweise, was du gesagt hast, was man beachten soll, die und so weiter, sind ja alles Features von Closer. Klar, es ist functional. Ich nehme, dass ich die Folge nahe, dass man bestimmte Probleme in Java schreibt, zum Beispiel von Polizien. Das ist richtig. Ich habe mich ein bisschen mit Closer beschäftigt, auch mit Lisp noch im Studium. Ich muss sagen, ich habe meine Probleme, wenn ich diesen Code lese, dann, ich habe es mehrfach versucht. Ja, es ist Trade-off. Vielleicht macht Spaß diese Komplexität. Ich mag, wenn ich den Code lesen kann und ich die Klammern zählen muss, ehrlich gesagt. Es ist mein persönliches Empfinden, mein Guster. Ich sage nicht, dass es per se schlecht ist, sondern da hat man andere Probleme in der anderen Sprache. Letztendlich, wenn alles in Java-Byte-Code kompiliert wird, hat man sowieso am Ende diese Abstraktion. Das muss dann vom Closer-Entwicklern irgendwie anders abstrahiert werden. Bei der Java-Virtual-Maschine kommt man da nicht herum. Und die Frage stellt sich natürlich auch, haben wir das richtig gemacht bei der Umsetzung oder stoßen die Implementierung auf solche Probleme? Könnte ja auch sein. Mag sein, ja. Werde sonst noch Fragen? Gerne. Das ist eine Frage, eine Anmerkung von mir. Mein Hauptsammengast, wie wichtig das ganze Thema ist, wenn man irgendwie mit der Kontraktion arbeitet, das ist jetzt nicht nur ein Jahr, sondern so. Präkisch alles, was deutlich vorgestellt wurde, ist zum Beispiel der Verbrechtheitentisch. Klar. Ich gehe davon aus, dass es praktisch irgendwie mit der Teilung schon in dem Arbeiten, dass da gegebenenfalls zeigen wird, also gerade die Fragen haben, und es bedeutet, die wir mit der Frage kommen, die man in die Kontraktion ist. Danke. Ansonsten entschuldigen, wenn es kompliziert war. Man kann ein sehr, sehr kompliziertes Thema nicht unbedingt sehr einfach vortragen, vor allem für nicht-Native-Speaker. Und so, wir haben es so versucht. ansonsten sind wir für Verbesserungsvorschläge immer offen, für Kritik selbstverständlich. Und wir sind auch eine Weile da, wo IPLabs steht. Wir können gerne diskutieren. Danke euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.